Klang statt Krach, fachkompetente Beratung für den Musiker direkt vor Ort. Ob Gitarren, Keyboards, Verstärker oder Schlagzeug, hier findet man alles, was ein guter Musiker braucht. Farmsound, Ihr Partner für guten Sound. Wir sind die Smashers! Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Kassel wieder zur Rock City zu machen. Ja, hier zu meiner linken Seite haben wir den Martin Ritter, Gitarrist. Ähm, ja. Ja. So, auf der linken Seite, meine Damen und Herren, sehen Sie hier den unglaublichsten Threadless, den Dirk Männe am Bass. Er ist auch zuständig bei uns in der Band für die ganze Technik. Er stellt alles super ein, ist unser Mann an der PA und vor allen Dingen am Bass. Zu meiner Rechten, nochmal ganz zurück am Anfang, das ist der Herr, nein, ich sag jetzt mein Künstler, das ist nämlich der Spitfire. Das ist der Mann an der Gitarre, wenn es mal so richtig heiß abgeht in den Solos sozusagen. Genau, aber im echten Leben heißt er Stefan Spredel. Ich zu meiner linken hier, unseren unglaublichen Stöcksche, nennen wir ihn, der Drummer. Im Hintergrund immer ist der Ruhende Pol, der Markus Sterzing und was soll man sonst über ihn sagen? Nischt. Wow, hallo, das sind die Smashes. Kleine Einleitung zu unserer Geschichte, 2008 ungefähr, haben die Jungs hier sich zusammen getroffen und ein halbes Jahr später bin ich dazugekommen und seitdem machen wir Musik, arbeiten alle zusammen bei SMA und dank SMA haben wir diese tollen Probe. Tschüss. Out on the road today, I saw a black flag sneaker on the Cadillac, Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von FarmSound. ja das istzić sie mitsobsammens. Je da habe ich natürlich mein Cadillac tobone abgelastet, könnten sie nicht bluten und nicht nachvollziehen? Und hier bin ich irgendwo das Wort. Seben sind wir die tollen Probe.